Im Frühjahr erwacht der Botanische Garten hinter dem Schloss zum Leben. Die im Jahre 1803 angelegte Gartenanlage dient in erster Linie der wissenschaftlichen Forschung. Zudem sorgt der Botanische Garten durch die Pflanzenvielfalt und die Vervollständigung wertvoller Sammlungen für den Erhalt vieler Arten. Und unter uns, wenn ihr eure Kaline mal romantisch auf einen Spaziergang einladen wollt, mit dem Botanischen Garten liegt ihr immer richtig.